Die Menschen, aber auch die Wirtschaft, werden immer vernetzter und mobiler. Deswegen steigt vor allem das individuelle Verkehrsaufkommen laufend an. Ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist dabei allerdings nicht immer zweckmäßig gewünscht oder möglich. Aber auch das physische und digitale Angebot sowie die Möglichkeiten, sich fortzubewegen, werden immer bunter, vielfältiger und damit leider auch unübersichtlicher. Dabei wollen wir nur eins, möglichst smart und bequem von Tür zu Tür kommen. Und das mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck. Deshalb wollen wir das Verkehrssystem fit für die Zukunft machen und Lösungen aufzeigen, die wir clever kombinieren und verknüpfen können. Ein Mobilitätsangebot und ein Verkehrsmittel mit dem anderen. Effizient, nahtlos, wie wenn man einen Dominostein an den anderen legt. So einfach, so smart. Denn wir haben das Ziel, die Mobilität grüner und nachhaltiger zu gestalten, ohne die Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern einzuschränken. Das Gesamtverkehrssystem in Österreich wird attraktiver, einfacher nutzbar und bleibt gleichzeitig weiterhin leistbar. Wie smarte Mobilität tatsächlich funktionieren kann, wie wir vorhandene Verkehrsangebote sinnvoll vernetzen und neue schaffen können, schauen wir uns in den drei Pilotregionen Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg genauer an. Dabei werden wir wissenschaftlich begleitet. Die intelligente Zukunft der Mobilität beginnt jetzt. DOMINO – ein Forschungsprojekt für das koordinierte Vorgehen bei der Entwicklung intelligenter Mobilitätssysteme. Das Leitprojekt DOMINO wird im Rahmen des Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogramms Mobilität der Zukunft durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert beziehungsweise finanziert und von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft abgewickelt. 2. Grundentwischen 2. 8. 9.